okay was ist das jetzt oh shit töten schnell töten bevor es schwirft und spuckt und das keiner gut okay was geht denn hier ab okay wie nikita nehmen wir dich dann helfen die wachen nicht rum so geht es wie nie und kita da was kommt denn jetzt hier und kita hilft uns immer noch das ist schön oder sie wird gezwungen kann auch sein das kann durchaus sein so schade oh nein erdkohlen greift an es greift auch kita an das ist nicht nett auch der scheiße so viele wege schade ich glaube dass sie können wir in die luft springen ich hole lieber winnie ok winnie nennt ihn beim namen interessant oh nein die ist verschlossen schade dann bleibt nur noch ein weg oder zweieinhalb erstmal hier schauen was ist da in dieser tür bevor wir winnie holen was haben wir denn hier so das kommt auf uns zu nein töten töten schnell das war knapp was hat es uns erwischt so die sagt gerade wie in abgrund aus interessant die 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 ok glaube ich jetzt nix da ist nur ein bisschen kaputt gegangen ja wegen was auch immer stil stil noch mal stil drei mal so ok was im toll ist das denn Das sieht schon ein bisschen komisch aus Hm Okay Und wie, was geht das jetzt hier? Stirb Komm schon, die blöde Wespe, stirb Komm ran Komm ran und stirb, los Komm schon Komm schon Komm schon Aber sie farschen Komm jetzt ran, du nervst Los Oh shit, es schmeißt Es schmeißt Wow, ernsthaft Da habe ich gerade währenddessen getrunken War dir sicher, dass es trifft, aber nein Die Reichweite war zu kurz Toll Okay, ist es hier Wo geht es denn hier hin? Nö, nö Wo geht es denn da hin? Ach okay, die kommen unendlich Ja, macht Sinn Das macht durchaus Sinn Okay, ich habe das Gefühl, das hier ist der richtige Weg Und das da mit Winnie ist ein Bonus Das heißt, geh mal hier weg, tschüss Und das hier sieht seltsam aus Sieht wieder für einen Fall, für Butler aus, aber die können ihn nicht auswählen Okay, holen wir erstmal Winnie Wer soll das eigentlich die Luft sprengen und dann mal schauen, was dahinter ist Der hält Winnie Na, er kann die Welt retten Hat gerade zur Musik gepasst Schön So, wo ist denn das Funkgerät? Da drüben Ja, nö, hat's Maul So, Winnie, es gibt was zu sprengen Da ist ein Spezialgebiet Geh es mal dieser Scheiß Geh weg Okay, da reicht einer Na, Granate ist stark So Ja, da oben können wir auch noch was tun Hm Na, jetzt erstmal das aufspringen Was gibt es denn hier? Hm Schätze, der Zehntinomit reicht aus Boom Oh nein Oh nein So, blöder Mistkäfer, stirb Oh, was ist das? Oh, Mosaikstein, natürlich Alles klar Gut haben wir das gemacht Okay, und wo ist denn hier das Mosaik überhaupt? Hm Keine Ahnung Okay, nehmen wir mal Winnie mit Er ist stark gegen die Golems, aber Gegen die Wespen Ja, da wird das Treffen schwer Schätze ich mal Aber mal testen Ansonsten einfach ganz schnell weg Oh, der Türsteher ist schon da Er wartet schon Na, hat James Bond erwartet Aber dann Kampf Winnie So Tja Okay, soll er das hier auch wegschieben? Ah, kann sein Das Loch darf er schieben Dann kommen die Erdgolems nicht wieder Alles klar Das macht Sinn Cool Macht kaputt Stoff das Loch Geil Schön, das hätten wir So, die kommen nicht wieder Gut Okay, das ist das wieder schön Oh, wir können speichern Gut Ha, dankeschön Wir gehen wieder zwei Wege Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Ich habe keine Ahnung Stier So Wo geben wir sie das hier? Hm Ist ein komischer Raum Hübsa Und da vorne ist nichts gut Gut haben wir das geklärt Dieser Raum Ha, Stier So, wieder Musik Alles klar No, schade Nein, nichts mit schmeissen Okay, wo sind wir jetzt? Noch ein Mosaik-Stück Dankeschön Ah, jetzt sind wir hier Okay Was soll das? Als ob der so weit und so gut schmeissen kann Okay, ich finde es interessant, dass wir die Steine zuerst finden Bevor wir überhaupt das Bild da finden Das ist echt interessant Gut, wo sollen wir das hier so zusammensetzen? Keine Ahnung Was genau wir jetzt hier zusammensetzen müssen? So, aber Winnie klärt das schon Der räumt da auf Was ist das denn jetzt? Was zum Oh, shit Ja, ich will das da vorne anschauen Halt's Maul Du Stück Dreck Im wahrsten Sinne So Was hat denn der da für ein komisches Maul? Na, schade Ist das ja das Mosaik oder was ist das? Hm Es wäre gut, wenn Kidada einen Blick draufwerfen würde Ach, nur sie Okay, dann kommt das später Moment Okay, es ist ja keine Ahnung, was das ist Hm Okay Oh, was kein Mosaik-Stück, Stein Ah, okay, toll Hat sich ja nicht gelohnt Okay, Kidada Kidada, hallo Da ist ein Job für dich Keiner von uns hat eine Ahnung, was das ist So, was soll das sein? So, wir da die Teile reinstecken Hm Klär uns auf Lauf 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 Was ist das? Für ein komischer Schalter Hm Ach, natürlich Das war einfach nur sowas hier Okay, aber macht Sinn Dieser Mechanismus ist so seltsam Das hält sicher, dass ich es nicht verstehe Da ist ja klar, dass nur Kidada es kennt Ist doch seltsam Ja, das macht Sinn Okay Jetzt kommen wir da durch Alles klar Nein, lass das Nichts mit schmeissen Okay, wir sind auch nicht hier einsetzen Sag gerade so aus Okay, wir haben mal alles Geil Schön Jetzt haben wir den Film am Anfang Schön Ah, hab ich schon schön gesagt Das ist echt schön Das ist echt richtig schön Ah, willst du angreifen? Hallo, ich stehe hier Hallo Ich stehe hier und bin angreifbereit Bereit, um angegriffen zu werden So Stirb Na komm, stirb schon Gedanken bewähren, bemerksame mich mal Das ist echt nett Los, bemerk mich, ich will Aufmerksamkeit Ich will Aufmerksamkeit, beachte mich Und stirb Tschüss Oh, was ist das denn? Oh, Theaterstück da oben Oh, cool Okay, die haben ja auch Theater Interessant Hm Okay, wie wollen wir an da Atlantisches Theater aussieht Eine Theater aufführung Das wäre echt interessant Die Tür ist verschlossen Oh, nein Die ist verschlossen Nein, warum Oh, traurige Welt Die Treppe da ist interessant Ah, hier ist das Teil Okay, und haben wir alles? Hm Reicht das aus? Na, sieht nicht so aus Da fehlt noch eine Menge Ein oder zwei Stück Okay Ach nee, wo haben wir das übersehen? Und wieso rutschst du? Hm Okay, wo Hä? Okay, und was soll das da vorne? Hm Wir haben keinen Schlüssel Okay Wir haben da wohl noch irgendwas nicht gemacht Das ist nur die Frage Was? Hm 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 Okay, ich habe eine Vermutung Moment Hm Ich habe eine Vermutung Vielleicht hat das was hier mit diesem Stein zu tun Wollte das hier mit Winnie aufsprengen? Hm Was hat das denn hier für einen tieferen Sinn? Ist auch nur die Frage Okay Versuchen wir es mal mit Winnie Lass da aufsprengen Ansonsten Was ich jetzt nicht Was ich hier nicht gemacht habe Hm 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 Also vielleicht bei den Wachen Ah, das könnte sein, dass da Äh Noch eine Kiste ist Und da ist das letzte Stück Und das können wir nur mit Kita erreichen Das könnte sein Einmal testen Okay Okay, aber testen wir jetzt erst mal das hier mit Winnie Bevor wir jetzt da hingehen Okay So Oder können wir Butler nutzen? Butler Ach, alles klar Okay, macht mehr Sinn Der muss das hier graben, alles klar Okay, und die Golems hätten dann bestimmt genervt Deswegen musste man das zumachen, alles klar Äh, wieder ein bisschen Butler-Action, schön Und es ist leider viel zu wenig Der arme Butler Der hat das eh schon nicht leicht Hat irgendeine kranke Vergangenheit Die niemand erzählen will So krank ist die Und dann bekommt er auch hier so wenig Auftritte Ist echt traurig Der arme Butler Kannst du das nicht buten? Nee Okay, was? Wir können ja wieder Butler auswählen, aber was soll er hier tun? Das geht nicht Das sieht aber echt verdächtig aus hier Dieser komische Boden Hm Okay, aber wir sollen dann hier was mit Butler tun Warum sonst können wir ihn wieder hier auswählen, aber gut Beim anderen hatte ich auch keine Ahnung Könnte man ihn auswählen, ohne irgendwas dafür zu tun Tun zu können mit ihm, keine Ahnung Okay, ich verstehe es wieder nicht Eine arme Butler Hm Okay, testen wir mal Winnie Vielleicht kann er da was tun Außer Es ist da drüben bei dieser komischen Grube Wieder Eine Pixel-Scheiße Wo man im Pixel genau stehen muss Aber ich hoffe nicht Hm Sonst würde ich gerade mal überlegen Was wäre denn noch? Da oben war ja nichts mehr Da war nur Gegengift Außer Außer ich habe hier noch eine Plattform übersehen Aber sieht nicht so aus Nee Hier in diesem Raum ist nichts mehr Okay Wäre das sein können, dass ich da was übersehen habe Hm Wie nie der Held Kannst du das in die Luft sprengen? So heldenhaft Das ist deine Stunde Los Sprengen Aber was im Topf Was soll das denn hier? Hm Wo soll man hier? Nee, da oben ist auch nichts Was man hätte runterfahren lassen Tutten tun können Hm Okay, jetzt bin ich wieder ratlos Hä? Wo soll das letzte Stück sein? Okay Dann bleib nur noch das hier mit Kita Und sonst habe ich keinen Plan mehr Keine Idee mehr Was man hier sonst tun könnte Hm So, mal schauen Ist da bei den Wächtern irgendwas? Bei diesen Aschgeigen Wächtern Oh 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 Weg hier Oh oh So Oh, es war knapp Ist denn hier irgendetwas? Hm Hier ist nix Ab und dir irgendwas überwacht Hm Na, was ist jetzt aus? Hier ist kein Loot Da Schöns Delfen Hm Okay, nee Hier ist auch nix Hier ist auch überhaupt nix Aber hier ist immer so ein komischer Sound Irgendeine komische Tür Die auf und zu geht Was dem Teufel Warte Ist das hier eine Falle Oder was ist das? Okay, das war eine Falle Okay Das hört man die ganze Zeit So eine komische Falle Ist ja interessant Okay Aber hier ist nix Hä? Okay Okay Hm Da muss ich mal überprüfen Hab ich vielleicht irgendwo da vorne noch was übersehen? Das könnte sein Und sonst kein Plan Wo das dritte versteckt ist Da hinten Bei den anderen zwei Hm Aber jetzt hier nochmal komplett zurück Na das hier war verschlossen Stimmt Und wir haben keinen Schlüssel Hm Und hier ist das Gefängnis wieder Ach okay Da geht es gar nicht mehr zurück Okay Alles klar Es geht nicht mehr zurück Das hier ist verschlossen Okay Das heisst es muss irgendwo hier sein Irgendwo hier seh ich was nicht Irgendwo hier in diesem Bereich Hm Ich hab das Gefühl Es hat irgendwas mit dieser komischen Gruppe da zu tun Habe das Gefühl Denn das sieht so seltsam aus Da muss man doch was machen können Aber Butler funktioniert nicht Außer man muss pixelgenau stehen Tja Ansonsten keine Ahnung Kita kann da nichts tun Milo auch nicht So Hm 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 Hey Hey Wir sind so wieder da Wir haben das auch zugemacht Wir haben das Loch zugemacht Wir sind faschen Halt's Maul hier Du Stück Dreck Okay Warte mal Gehen wir nochmal da nach oben hin Ist schon ein bisschen verdächtig Dass da oben nichts war Das ist unverdächtig So, na, und wieso bist du wieder da? Was soll die Scheisse? Was soll die Scheisse? Ich hab das doch zugemacht Was hat dir das denn für einen Sinn? Das kaputt zu machen, zuzumachen Was auch immer Wenn die eh wieder da sind Was hat das denn für einen Sinn? Was hat das denn für einen Sinn? Und du komm ran, du schmiss die Vieh Stirb Was hat denn das hier für einen Sinn? Das können wir jetzt auch nicht mehr zurückschieben, ok? Ha, ha Und das hier ist extrem verdächtig Außer es ist ja nur dieses komische Licht da Ok, das kann sein, aber Das wäre schon verdächtig Aber könnte auch sein, dass es überhaupt nichts ist Das kann auch sein Ok, hier ist noch ein Funkgerät Und das da ist jetzt auch verdächtig Ok, dann wird das aktiviert Gut Aber das hier nichts ist Aber das hier nichts ist Hier oben Das ist ja auch verdächtig Ok, ich weiß nicht, wo kommst du jetzt her? Ach toll Oh Gott, ist vielleicht hier etwas? Hm Ist denn vielleicht irgendetwas hier? Aber ich habe keine Ahnung was Hm Die Tür ist verschlossen Ja, sie ist verschlossen Ich weiß Hm Ok, also hier in diesem Raum finden wir das letzte Stück nicht Wird es sein können, dass es hier versteckt ist Aber sieht nicht so aus Ok, hier kann es nicht sein Hm Ah, schön runterrutschen Hä? Das da in der Luftsprengerin macht auch keinen Sinn Sieht aber auch wieder so aus Eine komische Wand Ok, was zum Teufel Ich habe keinen Plan, was er hier will Hm Hm Es kann ja nicht nur was mit diesem Boden da zu tun haben Ansonsten habe ich hier alles entdeckt Oder Moment, ich schaue nochmal da oben nach Da war noch ein anderer Gang Vielleicht habe ich da was übersehen Aber ansonsten kein Plan, was das Spiel jetzt hier wieder will Was will das Spiel jetzt wieder? Das hier ist die einzig verdächtige Stelle Aber keine Ahnung, was wir hier machen sollen Hm Das da mit dem Stein ist auch seltsam Aber was das hier für eine tiefere Bedeutung hat, keine Ahnung Dann bleibt jetzt nur noch das hier Hab ich vielleicht hier irgendwas übersehen? Und diesen komischen Raum Hier ist auch nichts Hä? Du 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 Oh, schein ich bin müde Verdammt Es ist echt ermüdend Ja und hier ist Endstation Was zum Teufel Was wird das Spiel jetzt schon wieder? Ich seh's nicht Was wird das Spiel jetzt schon wieder? Okay, ich muss mal wieder nachschauen Ach schön, bis gleich Okay, alles klar Ich seh's schon Okay, ja wir kommen zurück Ich hab schon gesehen Was ich jetzt wieder übersehen hab Wow Das hab ich jetzt überhaupt nicht gesehen Okay Das hab ich mir schon gedacht Das hab ich mir schon gedacht Dass wir ihn auswählen können Aber okay Das wo wir ihn einsetzen müssen Hab ich jetzt echt nicht gesehen Hm Okay und du schieb die Schulter auf Dieses komische Ding da Das im Boden Was uns abgelenkt hat Das sollte nur eine Ablenkung sein Eine ganz große Ach meine Fresse Ja, was ich da jetzt hier übersehen habe In diesem Raum Das ist ein riesengroßes Nichts So Hier Hier muss man buddeln Das hab ich übersehen Ja ganz großartig Hm Natürlich geht das nur hier Das Graben Hm Toll Diese Scheiße Ganz toll Ah, das hätten wir noch Ja, das hat so lange gedauert Da hätten die Golems genervt Deswegen war das hier Ja, ganz toll So, nehm ich dir Ah, okay Wir haben diesen Scheiß Toll Darauf soll man erst mal kommen Dass das sehen Ganz toll Das ist so unscheinbar Tja Nur der Farbton ist ein kleines bisschen anders Das ist alles Woran man es erkennen kann Und auch noch in dieser Ecke Damit man es ja nicht sieht Ja, ganz toll So, jetzt aber schnell Beenden wir diesen Scheiß Okay, und dann brauche ich wieder eine Aufnahmepause Das Spiel schafft mich recht Es ist anstrengend So Toll Okay, das ist bereit Schön Ja, das hier wurde kaputt gemacht Von wem auch immer Echt seltsam Und schön, dass wir jetzt hier hin können Ah, hier sind wir Okay, gut Wir müssen hier alles nochmal zurück Das ist schön Jetzt erstmal speichern hier Okay, das war das hier Alles klar Oh, wir haben es geschafft Wir haben es geschafft Wir haben es geschafft König Bist du noch da? Nein, du bist weg Also weg teleportiert Geil Und abwärts geht's Das Geheimnis von Atlantis Ist da unten Ja, und wie das eigentliche Rätsel Heißt Wurde nicht gesagt Ist auch interessant Speichern, 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 speichern Speichern Einfach nur speichern Wir haben es hinter uns Ach, dankeschön Bis später Ja, bis später Bis zur nächsten Aufnahme Spielende Das Spielende ist in Sicht Aber das kommt dann in der nächsten Aufnahme Ich kann nicht mehr Und hab jetzt schon überzogen Toll Ja, hab gedacht Es würde maximal drei Stunden dauern Aber jetzt auch schon wieder vier Stunden Und es bleiben hier noch drei Level Okay, aber wir haben es bald Und hier haben wir den Kristall Das ist schön Okay, Aktirakflucht Mhm Okay Hab immer gespannt Wie das Ende hier aussehen wird Und die letzten drei Levels Ich hoffe nicht mehr allzu ätzend Okay Bis zum nächsten Mal Tschau Ciao Untertitelung des ZDF, 2020